Jetzt wird's wieder habig. Ich dachte, die Eier wären nur ein Bonus quasi, die mir helfen. Ein Bonus-Eier. Oh, fast 1000 haben wir schon gerettet. Bonus-Klöten. Oh scheiße, jetzt haben wir in der nächsten Minute... Ich will, dass wir so einen Orbitallaser als Unterstützung haben. Haben wir jetzt. Echt? Ja. Hast du die Katze nicht gesehen? Hab nicht aufgepasst. Hab versucht den Chat zu lesen, aber da geht grad irgendwie voll die Party. Weil da sieht man ja eigentlich schon, was man jetzt Bonus bekommt. Boah, da wird grad was ins Skype geschrieben. The Rude Fence? Oh. Oh stimmt, der Laser aus dem Weltall, der ist krass. Der ist schon... krass. Also ich krieg's jetzt hart ins Gesicht, ja? Der ist echt böse manchmal. Kannst du dich fast nur noch in Höhlen bewegen. Wird das irgendwie angekündigt? Ja, da hörst du so ein Geräusch. Glaub, das kündigt sich genauso an, wie die Satelliten abstürzen, oder? Ja. Ich hab bis jetzt nur die Standardsachen gespielt bisher bei dem Spiel. Also die ganz normalen Standard-Spiel-Modis wie Jagd und so. Ohne irgendwelche Extras. Daher kenn ich den ganzen Kram nicht. Leute, ich nehm Bucket, weil ich brauch den Elite-Skin. Nein, die Nyan-Cat. Nein. Nicht Nyan-Cat. Die Nyan-Cat. Die gibt's nur ne Minute. Die Nyan-Cat gibt's nur ne Minute. Ey, der hat sich die 10-Stunden-Version gewünscht. Was soll dat? Die eine Minute nervt. Ja, hallo. Nee, 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 nee. Und die eine Minute-Version nervt schon. Oh, eine Rebecca geht. Ich weiß nicht welche. Oh mein Gott. Kapuze kann sich nicht entscheiden, welchen Lazarus er nimmt. Halt! Das eine Minute kann ganz schön lang sein. Wir sind erst bei 30 Sekunden. Nee, ich seh mein Curse schon wieder nicht. Oh, Jan, gute Nacht. Gute Nacht. Lazarus. Hey, ich hab den Curse noch nicht gesehen. Nicht so easy. Dr. Huysendor. Muss man immer dann probieren, in dieses Steam-Overlay zu gehen. Die Minute schon zu Ende? Fünf Sekunden auch. Okay. Eine Minute Nyan-Cat. Oh. Oh, let's get this Barbie started, Leute. Was ist das? Das ist Barbie? Das ist jetzt mal wieder ganz normal jagt, oder was? Griffel, würdest du lieber wieder alleine jagen? Also. Kann ich mal ja. Aber es ist auch schön, Unterstützung zu haben. Aber hallo, für mich wär das nix, alleine jagen. Sag mal, nicht die Original-Version. Das ist die For Australia-Version. Ist die Originale verboten? Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Remake. Es ist nicht echt. Haben wir jetzt ne Jagd, Leute, oder ne Rettungsmission? Ich hab nicht aufgepasst. Genau, da kam nix an, leider. Ne Jagd, ja. Ne Jagd, okay. Dann kann ich ja mal wieder ein bisschen Sneaky-Beaky-Action. Kevin Stan hat 7,50 Euro donated. Vielen Dank. Damit hat er 20 Euro heute donated. Vielen, vielen Dank. Darfst du, Kevin? Und er hat geschrieben, und Kritik ist erwünscht. Ich will nicht wissen, was du mir da für nen Link geschickt hast. Ich klick gleich drauf. Weiß ich ja, was schmuddeliges. Was schmuddeliges? Schmuddeliges wird das sein. Ich hab hier schon mal nen Buff klar gemacht. Was ist da? Oh nein, das ist ein Stein. Ich hab mich gesehen. Das ist doch kein Stein. Ich hasse die Viecher. Er ist voll schnell. Ja, ja. So fett und so schnell. Warte, da hinten, da hinten. Und danach können wir noch taking the Hobbits to Isengard. To Isengard, to Isengard. Ah, der Lungert da hinten am See rum. Ich kann die Viecher auch wieder beleben. Ich kann die Viecher auch wieder beleben. Leute, er ist rechts von euch. Er ist rechts von euch. Ich kann die Viecher beleben, was? Oder? Ja, dann doch mit. Ich hoffe, ihr habt mehr hingelegt. Ja, wir waren. Achso. Es lebte noch. Wart mal, da drüben waren die Vögel auf dem Scheuch. Ich kam jetzt hier. Ich kam jetzt hier, ich kam jetzt hier, Ego. Mit dem ist Zeig Day. Ich piep einmal. Ich sage, er ist rechts von euch gewesen. Ich hab's ge- Er ist kam irgendwo hier. Es ist, also es ist immer hier wie hier. Die Schaden dein Leben verlieren. Ey, eins. Die sollten mir nicht irgendeine Chance geben, Schaden zu machen. Weil... Eigentlich müssten wir ja auch warten, bis der Laser abfeuert, ne? Und wüssten auch, wo der ist etwa. Weil das Ding ist, warum ich so oft gefressen werde, ich... Ich will die Viecher abschießen, ich mache minimal Schaden. Ja, aber dann schießt du einfach nicht auf die. Ja, aber wenn's im Weg steht, ich will euch auch irgendwo helfen. Einfach rüberspringen. Einfach rüberspringen. Laser in meinen Radar, Leute. Aber ich will auch für euch irgendwas machen. Au. Wenn ich, wenn ich, wenn ich die Chance hau'n, ne? Ist der Laser schon abgefeuert? Der Laser? Ne, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, der Remix war nicht so gut wie das Original. Beim Original wär ich mitgegangen, Leute. So, was haben wir hier? Er versteckt sich da hinter dem einen Dingens. Von Goku gegen Superman. Wer Epic Rap Battle of History nicht kennt, sollte sich das mal gönnen. Unsere Schuld? Black Hawk, er müsste dir entgegenkommen. Ja. Er ist hier oben rechts lang. Scheiße. Er ist schlau. Das macht uns gefährlich. Also werden sie immer schlauer. Ja, da ist er. Feuer. Boah. Schlau kann es nur werden. Sagen Sie diese Boys. Niemals mag ein Mistvieh. Eröffne das Feuer. Da wär der getrappt. Echt? War er gar nicht an dir vorbei? Neuer Subscriber-Namen steht leider nicht im Chatten. Ich hab's wieder verpasst. Vielen, vielen Dank. Das Spiel ist einfach grad zu zu packen, ne? Oh, da ist der Laser. Der Laser? Da war der Laser. Da hab ich gesehen. Seht ihr ihn, Darlu? Seh ihn nicht, nein. Da hat er die Dinger aufgeschreckt. So, jetzt kommt ein Lied, was ich nicht kenn. Die nächsten zwei kenn ich eigentlich nicht. Du Hack für den Super-Stream und Musik. Falls das nicht passt, dann Macho Man. Das ist ne gute Aussage. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber die Dinger kann ich die Alternativen geben, ne? Markier ihn mal. Ja. Ja. Vielen Dank, zu Hate. Ich kann die nicht markieren. Ja, mit Q meine ich. Okay, ich seh den Laser, ich seh den Laser. Oh, das ist ja Endlaser. Voll Laser, wie der Laser abging, ey. Voll Laser, wie der Laser abging. Was? Das liegt doch, glaub ich. Hoch mit dir. Versuch den Weg abzuschneiden. Ja, versuch den. Easy Gain. Lecker? Nein. Schönes Ding. Ich hab ihn, ich hab ihn. Raste nicht aus mit dem, alles gut. Ich hab ihn, ich hab ihn. Raste nicht aus mit dem, alles gut. Blackpock, rechts von dir. Screenings-Mission. Warte mal, Kapuji, mach du das mal eben. Wo willst du eigentlich hin, wer dem ist? Ich find das nicht gut. Ah, keine Sorge, ich komm zurück. Oh, oh, hinter dir ist Endlaser. Du hast gegen die Wand geschwungen. Das ist nicht gut. Bitte nicht so schnell, hier ist ein Speed Limit für Monster. Hast du Stopp? Ich bin's jetzt. Mach den weg, mach den weg. Ey. Der Stich ist hier bei uns. Hör quick. Ich bin's. Das ist dein Endland. Blackhawk down. Blackhawk down. Nein, nein. Grenz, grenz, lass mich, lass mich. Sorry. Der will nicht. Der hängt, nirg. Der hängt. Oh, schnell um die Ecke gehen. Da kommt der Laser. Der hat ihn geschnitten. Oh, die Trap ist auf. Ich bin zu ab, der Davis. Hey, nicht so schnell, da hängt doch was. Au. Hey, der hat einen Steinarmel gebrochen. Und mal diese Randale, Leute, ey. Hey, Davis, wo willst du denn hin? Hey, 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 bergab geht's erstmal. Rockhüte, Rockhüte. Dein Charakter ist cool. Liegt an mir an dein Quartier. Da hinten ist er. Eine Rakete hat ihn nochmal getroffen. Doppel-doppel-Raketen-Action. Komm, wir schneiden ihn den Weg ab. Da hinten ist er, ja. Darum, ich geh mit dir rechts, Cracks. Ja, wir haben da auch Hilfe so, weil sie nicht mehr viel Leben haben. Bin bei dir, ich bin bei dir. Denkst du immer dran, die vier zu drücken? Ja, okay, danke. Danke. Und... Er will hinter dem Ding hier oben evolven, Leute. Kommt her. Hier wird die Wolf. Ist doch gut, dann hat er wieder keine Rüstung. Welche? Oh Gott, ich könnte sein, dass ich gleich hinter dir liege. Hat er uns getrickst? Hier ist doch... ist er rechts? Ahaha, mich trickst du aber nicht? Ich bin Trapper, ey. Du Limmel. Oh, er will mit Mann an. Doch. Er kämpft hier gegen das andere Tier. Er kämpft hier gegen das andere Tier. Das war aber ein Zwangskampf. Oh, was so eine lange Leine. Über die ganze Map. Das ist doch eine Flexleine da. Was habe ich für Joy auch. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ey, was war denn das für ein Laser? Der sollte aber nicht gegen mich gehen, oder? Das war ein Laser. Ich kann nicht. Kann ich einmal kurz hier, Kapuze? Kannst du einmal mich mitteilen? So. Danke. Weil ich, ich, das Wixler kann doch cool auch. Ja, ich weiß. Ich hab nur gehört, dass deiner gerade gesagt hat, dass er fertig hat. Ach so, okay. Ich wär da nie drauf. Aber das wär vielleicht ganz gut manchmal. Ich glaub, der will wieder Evolven. Ich glaub, der will wieder Evolven. Jetzt kannst du wieder Kapuze. Ja, ja. Ich lass die King Beats mal ein bisschen an. Die kam ja auch als Musikwunsch. Ist ja ganz nett. Dato. Ist auf jeden Fall eine schöne Hintergrundmucke, muss man sagen. Rechts, Kapuze! Hinter dir! Hinter dir! Ja, ich hör's grad nicht so. Sehr schöne Hintergrundmusik, eigentlich. Die eine Rakete hat, glaub ich, gesessen. Ja. Genau. Der frisst, ey. Der frisst sich durch, boys. Lies Brands eigentlich den Chat. Ja, ab und an leagst er den. Mit dem Supersoldaten. Da Genovo. Hier kam wirklich nix an. Also auch nicht jetzt ohne Found. Es kann wirklich sein, dass der Donation Tracker verlassen ist. Ja, ist er auch. Weil, wie gesagt, wer dem ist, hat der ja auch bei mir 5 Euro gespendet. Und die hab ich auch noch nicht im Donation Tracker. Es streamen grad wieder sehr, sehr viele Leute. Und wenn Gronkh abgeht, dann wurde der letzten Sucher schon mal gesperrt. Echt? Also, wie gesagt, äh. Jaja, wegen, äh, musste vorüber geht mal kurz abgeschalten werden. Weil da so viel reinkam. Hätt er mich mal in Ruhe fressen lassen hier? Oh, ey. Wer läuft mir denn da entgegen? Was ist das denn für einer? Los, Leute. Hinterher. Er frisst hier so ein bisschen. Ohohohoho. Dardo braucht Heal. Hey, you have to cut the rope, my friend. Oh, es ist eine Lauer. Scheiße. Oh, Goliath! Goliath! Ey, komm doch, es war doch so ein Scherz. Oh, ich bin weggepackt. Das war doch nur ein Scherz. Das war doch nur ein Scherz. Vorsicht, da kommt ein dickes... Achso, oh, sorry Kaputze. Ich denke da nicht rein. Schlauhe! Ich hab ihn! Oh, oh, oh! Danke! Oh, er will den Rocket Launcher! Heißes Snow! Ähm, Entschuldigung Sergeant Snow, du hast die hellgrüne Schrift bei mir im Chat und die ist so gut wie unlesbar. Gegen Greenscreen, oder was? Nee, die ist einfach so hellgrün, dass der Grund es weiß. Man kann es fast nicht sehen. Doppel 1-Raten-Snow, aber 1-2-Snow. Hier, er kommt uns wieder entgegen. Oh, der Laser hat ihn erwischt, glaube ich. Oh, ein richtig langer Line, ey. Das ist ein richtig langer Round, ey. Oh, da habe ich, glaube ich, eine Rakete getroffen. Ja, und er hat auch das Poison Damage durch meinen Buff. Die King Beans waren schön. Der Bengel will doch gleich Evolven, ich kenne den doch, ey. Ja, schau immer doch, wie viel Lehm er noch hat. Nicht mehr viel. Da hinten ist er, da ist er. Echter, rechts schon wieder. Eine neue Donation vom Blackjack. Hab zwar nix getrunken, aber naja. Und hat ein Lied, also muss wohl ein Sauflied sein. Wir schauen gleich mal rein, Blackjack. Aber vorher kommen noch zwei Lieder, die in der Pipe sind. Was? Nein. Der Pipe sind... Der frisst. Der Bengel. Ja, lass den hier, der wird schwerer. Wo ist er denn jetzt hin? Machst du einen auf Markov, oder was? Ist er da unten? Oh, ok. Muss hier sein? Hm. Warte, bis er gleich Feuer spuckt, dann... Du hast einen weggekriegt. Okay. Du hast einen weggekriegt. Ja. Ist bei mir. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Du hast einen weggekriegt! Die Leine ist gerissen. Na, wer die demons? Halt ihn, boys! Halt ihn, ey! Halt ihn, ey! Halt ihn! Like the city can't hold him Hilfe Oh ok jetzt Müssen wir selber Damage machen Putze The Rocker Danke Ey was willst du denn Ich bin nur der Flipper Die anderen machen den Schaden Ich hab nur einen Raketenwerfer Aaaaah Boah ich werd die richtige Gegend gekickt Aha Das wird's gleich dauern Oh boy Take in the hole zu ein Ja machen wir mal 2 Minuten Los putze Ja das hat cool das Die Scheiß Boah Sauber Hier kann Ey Lässt du mich liegen der Bangler Na 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 Ich wollte Ja ja Ich wollte gerade Aber Ich bin auch down Greife den Goliath an Ey Cap'n Stan das Lied fand ich Sehr gut War ein schönes Hintergrund Song War ganz cool auf jeden Fall War sehr angenehm Ich bin gerade weg Ich bin gerade weg Ich bin so weit weg geflogen Oh hallo Ja 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 So wer das gemacht hier Wuuu Boah wat ein langes Match Zeigt wer dem ist wo die Grandson sind Haben die hier geschrieben Oh Oh Kommt jetzt Ah Graber Shit Oh jetzt kommt die Elite Soldaten oder das Kevin hast du die Musik komplett selber gemacht oder so zusammengeschnitten Also war die also hast du die mit einem Programm wirklich komplett selbst gemacht oder gibt's die Beats schon irgendwo Weil wenn Ich suche Hintergrundmusik allgemein immer immer wieder für Minecraft Videos und Co Und ich fand den Lied sehr angenehm Also du kannst mich gerne mal mit Skype enden wenn du möchtest Dann verlinke ich deinen Kanal auch sehr gerne und alles mögliche wenn du mir da die Lieder zur Verfügung stellen möchtest Können wir gerne drüber quatschen War ein sehr feiner Song So Charactermastery Was geht da Ich glaub ich hab ziemlich viel Ich hab ziemlich viel belebt Siebenmal Siebenmal hab ich belebt Oh ich brauch nur noch Zweiundvierzig Rockets Zweiundvierzig Rockets nur noch Huuu Aber dem ist jetzt auch mein Buckel mit den 42 Rockets Hehehehe Oh Das wird cool Ey Bisturps Wenn dein Hund dich im TeamSpeak anstupst Ey ist was falsch